Musik Eines der bekanntesten Adventsliedern, das sowohl in Kaufhäusern als auch in Kirchen gespielt und gesungen wird, heißt Tochter Zion Ist es die eingängige Melodie, die von dem großen Komponisten Georg Friedrich Händel aus dem 18. Jahrhundert stammt, die dieses Lied so bekannt gemacht hat? Oder ist es der vergleichsweise einfache Text, der von Friedrich Heinrich Ranke stammt, der diese Strophen vor 200 Jahren gedichtet hat? Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, siehe dein König kommt, ja, der Friedefürst, der kommt. Und diese Worte sind auf den ersten Blick sehr einfach, aber wenn man genauer hinschaut, dann muss man doch etwas mehr oder tiefer graben. Denn Ranke nimmt ein Zitat auf aus einem biblischen Propheten, dem Propheten Zacharja aus dem 19. Kapitel, wo dieser Prophet schreibt Freue dich, du Tochter Zion, und jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe dein König kommt zu dir. Wer ist diese Tochter? Zion Es ist keine Frau, sondern sie Bezeichnung für Jerusalem oder für die Bewohner Jerusalems, ja, für die Bewohner überhaupt von Israel. Interessant ist, dass Zion eine Entwicklung erfahren hat. Zunächst war Zion tatsächlich nur ein politischer Begriff für das erste Jerusalem, das David damals vor rund 1000 Jahren vor Christus eroberte. Die Festung Zion, die Stadt Davids, war Zion. Und später wanderte der Zion dann Richtung Norden, als der Tempelberg zur Stadt hinzukam. Dieser Berg war der höchste. Und von Zion aus hat man zu Gott gebetet. Zur Zeit von Jesus ist der Zion noch einmal weitergewandert. Denn Jerusalem hat sich erweitert und der höchste Berg war an der Südwestecke der Stadt Jerusalem angekommen. Da, wo heute noch der Zionsberg ist, da wo heute das Davidsgrab verirrt wird, da wo heute auch der Abendmahlssaal aus dem Mittelalter gezeigt wird. Nicht, weil er auf die Zeit von Jesus zurückgeht, aber weil doch hier die ersten Nachfolger von Jesus die Urchristen sich versammelt haben und von dort aus das Evangelium in die ganze Welt hinausgetragen wurde. Von Zion wird Weisung hinausgehen in die ganze Welt. Zion hat diese politische und die religiöse Seite bis heute beibehalten. Zion ist ein politischer Begriff geblieben. Seit dem 19. Jahrhundert kommen Juden zurück in das Land der Väter, die Zionisten, um dort sich niederzulassen. Aber Zion ist auch eine religiöse Größe geblieben. So heißt es in einem jüdischen traditionellen Gebet, dem 18. Bittengebet, dass Gott doch seine Majestät aufrichten möge in Zion. Damit von Zion der Friede in die ganze Welt hinausgetragen wird. Als Jesus damals, eine Woche vor seinem Sterben in Jerusalem, auf dem Esel in die Stadt hineinritt, da jubelten sie ihm entgegen, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Der, der endlich Zion befreit. Aber er kam nicht als ein politischer Herrscher, sondern als einer, der die Kluft zwischen Menschen und Gott wieder überbrückte. Durch seinen Tod am Kreuz wurde er der Friedefürst für uns Menschen. Das verkünden Christen in der Adventszeit. Aber in der Adventszeit wird auch der Blick ganz weit nach vorne geöffnet. Christen und Juden glauben, dass der Messias kommt und einen politischen Frieden auf dieser Welt errichten wird. Dass er Frieden schaffen wird für diese ganze Welt. Diesem Tag leben wir entgegen. Möge er bald kommen, dieser Friedefürst. Der Vater von dem Dichter dieses Liedes heißt Gott lieb Israel. Ein wunderbarer Name, der über diesem Lied steht. Gott liebt Israel und diese ganze Welt füge ich hinzu. Shalom. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!